So Leute, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Urlaubsvlog und zwar auch mit dem Nachhausefahrvlog. Urlaubsvlog bis jetzt erst einmal auf jeden Fall. Wir fahren jetzt so schnell nicht mehr in den Urlaub. So in den Pfingstferien fahren wir auf jeden Fall wieder und vorher wird wahrscheinlich auch noch das Praktikum stattfinden. Das heißt, es wird ein Praktikumsvlog kommen. Ich werde den aber auf jeden Fall besser veranstalten als den Vlog von gestern. Weshalb ich mir bis heute noch hierhin hauen könnte, weil es gestern nicht geklappt hat oder nicht so gut. Aber nehmt es mir bitte nicht böse. Jeder macht mal einen Fehler, auch ein YouTuber. Mal läuft es nicht so ab, wie man es möchte. Das ist aber ganz normal, meiner Meinung nach, auch wenn es nicht so ganz was geworden ist. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es dieses Mal besser gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, meine lieben Leute. Und ja, morgen geht es ganz normal wieder weiter. Bis dahin. Tschüss, meine Lieben. Ich habe euch lieb. Tschüss. 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 Vielen Dank.